Jetzt gehst du quasi du Arsch. Ich bin sehr Arsch dran. Hast du dich geschaut? Ja. Jahresticket. Jetzt sind sie raus. Da sind sie raus. Liebe Frage. Beachten Sie die Kurzführung der U28. Mai. Weichen Sie auf die Linie U1, D1, 2, 71 und U2 aus. Ich denke, sie sind doch die Schöne, die sie nicht mehr sehen. Und zwar dort, die Schöne. Eine Schöne. Die Schöne. Die Schöne. Die Schöne. Normalerweise sind sie so durch die Schöne. Ja. Das ist ja eher so so. Ja, eigentlich schon. Das ist ja nicht so krumm, weil ich es so durch die Schöne so so machen. Die Schöne. Ich bin schrotzt. Und zwar ist es ein Schöner. Die Schöne an der Schöne. Die Schöne. Die Schöne. Die Schöne. Jetzt sind sie auf die Schöne. Die Schöne. Die Schöne. Die Schöne. dass man schön karten, dass man die nächsten Hörer gesteckt hat. Ja, das ist schon sehr cool. Ja, das ist ja super frustrierend. Ja, aber da ist man da einfach nicht mehr künftig. Das sind so die Orten, die schon zugekommen sind. Ja, wahrscheinlich.